Ich muss glaube ich öfters machen die Kampagne. Okay. Wer snapped denn du so deppert? Du Sauberes. Du Sauberes. Yu-Gi-Oh! Duell! Hör auf dich zum Teleportieren, du scheiß Kanak, du! Pst! Gibt's ja nicht! Funkdisziplin einhalten! Gibt's keine. Dafür wird er gefinisht. Lieber wenn ich mit nem Scharfschütze gewerfen geschossen hab, als ich wegdelebotierte Dreck sah. Der hat was gewusst. Aber echt, hey. Kannst nicht mehr entscheiden, wo's T-charmst. Mehr da. Mein Volk. Euer Kelch schläft. Aber sie ist nicht... Da war man schon heut. Da war ich schon dreimal glaub ich heute. Das Mittel um sie aus ihrem Schlummer zu wecken. Sie aufwecken. Das kann nicht sein. Erba Miss Kel hat euch nicht verlassen. Erba Miss Kel hat euch nicht verlassen. Erba Miss Kel hat die Ecke betont. Erba Miss Kel hat die Ecke betont. كان sie nicht offen regeneriert. Können sie nicht übereinander losgehen. Kann wissen, als habe ich welche hinten abgehört? ja jetzt geht es jetzt auch von mir und da und ins Gesicht zum fliehen ja warte mal habe ich die Stöcke aus, was ist denn willkommen? nein was hast du gesagt? 1200 ist das Maximum bei was jetzt da? bei der Rüstung und so weiter nein 1260 Sessional ich kann es bis 1260 kann ich äh die Rüstungen sind bis 1260, Softcap ist glaube ich 1260 einsammeln das meine ich nämlich, weil ich habe jetzt nur lauter Rüstungen bis maximal 1200 gekriegt was die 1200 Wertigkeit haben oder was? mhm ja lol noch nix nein nein danke kapum schleich dich schleich dich schleich dich schleich dich finisher auch doch nicht halt wer da hm mhm halböbelchen klingt eklig klingt eklig ja sicher ist doch gut über eurem tiefen mhm sämmer die 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 Wo ist der Dicke? Na, wer ist stärker? Was hast du denn gekriegt für Schwert? Ein 1.200er Schwert. Jetzt bin ich endlich auf 1.200. Fünf. Erst, wie fehlt da? Warte mal, welchen Bereich sind wir? Sind wir im Brunnen? Nein. Weil mir da noch eine Truhe fehlt. Zurück zu euch. Ihrem Volk. Ihren Gezreuen. Wenn Kredis die Wahrheit sagt, wenn sie einen... Da bin ich wieder. Kuckuck. ... um Eramis-Kerber, um Eramis zurück ins Leben zu bringen. Das werden wir nicht zulassen. Upsi daneben. Oh, ich hau die Granate hinter ihm. Ich versuche mal mit dem Feidl. Oho. 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 Hey, den hast du gut gemacht. Pf! Das ist schon. Oh, eine Pussy. Servus. Hohohohohohohohohoho! Was warst du, Gott? Der war jetzt so instant weg. Ach so? He, da war ich auch schon Hey Euklein, hier spielt die Musik Ah, dieser Scheißschwert kann nicht schießen Jetzt wird's lustig Okay Muss ich jetzt Angst haben Nein, aber Vorsicht Ist immun Ja, immun Da kommen immer drei Oh, der Verrätermaschine Bist du hier, um dem Aufstieg einer Göttin bei zu holen? Die Schwebern Wenn die Schwebern da sind, ist sie nämlich immun Da sind sie sehr beträgt Sie sehr beträgt Sie sehr beträgt Buena Ja 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 Ich bin echt schwer, dich zu kricken, wenn du mir den Rücken zukehrst, du blöde Plumpsen. Ah, scheiße, jetzt ist es im Mund. Wera, du musst dich jetzt ficken, du dir du. Ja, ich bin echt schwer, dich zu kricken. Ah, jetzt ist sie wieder im Mono, oder? Das gibt's ja nicht. Yes, du schießt mich jetzt ja wieder oben, das geht ja nicht. Alter! Ja, war eh locker easy, du. Sie ist erledigt, Varex. Es ist vorbei. Das waren dann alle. Aha. Sie bleibt so stehen. Ich schau mal kurz in den Rock. Sexy! Dank dem Hüter. War doch ein bisschen. Wenn du tot, dann Eramis zum Mythos. Unsterblich. Ihr Vermächtnis wird weiterleben. Neue Champions werden in ihrem Namen aufsteigen. Wenn du so stets wachsam bleibst. Ich greife hier ans Kleid auf. Au! Ich wollte noch was machen. Eliminiere Kämpfe mit Stasis oder von... Deinen Stasis. Ich suche Varex in Scha... Ja. Den Varex muss ich jetzt besuchen. Ich auch. Der war aber cool jetzt. War eigentlich recht easy. Ja. Muss ich sagen. Du, wenn man weiß, wie man's... Dass man die Servitoren mehr machen muss. Dass du dann nicht aufs Silo ausgehen kannst. Und das Kleid für was herumrennen musst. Aufpassen, dass du dich nicht glücker kielst. Wenn du steingetrauen wirst. Unabsichtlich. Mhm. Na dann auf zum Varex. Und da machen wir schnell. Mal gucken, was es geben tut. Was für. Servus. Die Elixni sagen... Aus dem Staub eines alten Kells... Erhebt sich ein neuer. Immer. Es wird nicht mit Kredis enden. Die dunkle Macht... Ich hab's ja als... Am Imperator Jagd... ...gemacht, das Ganze. Neue Häuser gründen. Neue Ambitionen. Komm zu Varex. Erfahre, was Varex weiß. Zusammen werden wir über Europa wachen. Es gibt immer einen nächsten Kampf. Wie kann Varex dir helfen? Ach so. Du kannst eins machen. Du gehst in das eine in Sabotage mit der rechten Maustaste. Und da hast du ja bei Stufe eins. Ja, da hab ich mir schon zwei Nummern gehabt. Nein, nein, das erste ist... Die erhöht das Beschützer eins. Dann gibt es Europa-Herausforderung eins. Und dann gibt es Imperium Jagd eins. Wenn es dir das kostet, kostet eine Imperium Jagd nur die Hälfte oder immer weniger. Ah, ja. Dadurch kostet die Imperium Jagd-Quests immer weniger. Also weniger, immer weniger. Ich... Das ist das gleiche, wie wir gehabt haben beim vorigen Quest mit dem Umbral-Engramme. Mhm. Dass du auch die Stufen freischalten können. Und je mehr du streichgeschalten hast, dann hast du dann die ganze halt weniger kostet. Also das ist dann die... Ob du abwächst, ob es eher das andere ja... Oder einfach nur die Stufen abarbeitest und dann tust du leicht damit... Das Ganze. Oder zum Beispiel so Sachen, dass bei heroische Events... Irgendeine Ausrüstung mehr finden und so weiter. Mhm. Das Ganze. Das heißt, ich werde schauen, dass sich die erste Stufe 1 komplett durchspielt. Dann die Stufe 2. Und ab und zu die anderen Sachen ein bisschen. Aber jetzt muss ich jetzt schauen... Ich habe zum Beispiel auch schon Wasserquests mehr freigeschalten. Da kann ich mal einen Raketenverser, eine Schraubflinte, eine Pistole, Impulsgewehr oder das... Oder Automatikgewehr. Aktivieren. Aber ich glaube, ich brauche mal den Pretex-Transponder. Tust du noch weiter oder bist du am aufhören? Okay. So.